Hi Leute, guten Morgen. Ich schaue gerade den Tinkerbellen und habe das ein bisschen gemacht. Und jetzt tue ich ein bisschen Haushalt machen. Ähm, ja, saft. Ich komme sofort wieder. Ich komme kurz auf den Grillen. So ist es jetzt ein bisschen Maßstab. So ist es jetzt ein bisschen weiter. Ich komme sofort wieder. Untertitelung des ZDF, 2020